Ich erfasse ein erdnahes Objekt und es kommt auf uns zu. Das Sat.1 TV-Event. Wer ist doppelt so groß wie der Asteroid, der die Dinosaurier ausgelöscht hat? Die Welt steht vor einer Katastrophe. Die Erde wird nicht mehr existieren. Das Überleben der Menschheit liegt in den Händen eines Experten-Teams. Wir haben nur eine Hoffnung und das sind sie. Soll das ein Witz sein? Für sowas bin ich nicht ausgebildet. Ich bin kein Astronaut. Niemand hat jemals sowas gesehen. Ich komme nicht weg. Komm wiedersehend, Sadie. Die Zeit reicht nicht mehr. Last Impact. Am Mittwoch und Donnerstag um 20.15 Uhr in Sat.1. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz.